Das ist mit Abstand die dreisteste Cutter-Anfrage, die ich jemals gesehen habe. Es geht um den YouTuber Zyke, welcher einen Cutter sucht. Er macht hauptsächlich GTRP-Trolling-Videos wie Cisco oder auch Blackmire. Und dieser sucht jetzt einen Cutter. Und jetzt führt euch mal ganz genau an, was er wirklich verlangt. Ich brauche einen Cutter, der dir richtig bewusst ist, dass du am Tag 5, 6 Stunden teilweise vielleicht mal länger oder kürzer für mich schneiden wirst. Du wirst als Cutter bei mir nichts verdienen. Du musst es mit Liebe machen. Ihr habt richtig gehört. Der Cutter soll 6-7 Stunden täglich für ihn arbeiten. Und dieser ganze Job ist freiwillig. Es gibt keine Bezahlung. Das heißt, er verlangt von seinem Cutter, dass er einen Vollzeitjob ausübt, der nicht bezahlt wird. Es ist unglaublich. Und das ist jetzt nicht irgendein kleiner YouTuber. Nein, der hat über 100.000 Abonnenten auf seinem Hauptkanal. Somit er könnte einen Cutter bezahlen. Aber will er nicht, weil er lieber seine Cutter ausbeutet und von ihm einen Vollzeitjob verlangt, aber sie nicht bezahlt. Und wer jetzt sagt, dass es Leute gibt, die das mit Leidenschaft machen oder einfach nur um Erfahrung zu sammeln, ist es schön, dass es solche Leute gibt. Diese werden aber auch maximal eine Woche das mitmachen, bis sie keinen Bock mehr haben, weil sie kein Geld kriegen für ihre Arbeit. Dazu kann man auch Leidenschaft fürs Cutten haben und trotzdem Geld verlangen. Das ist bei 99% aller hauptberuflichen Cutter der Fall. Wenn ihr bei solchen Leuten euch bewerben wollt, dann macht es. Jedoch werdet ihr am Ende nur ausgebeutet und ihr habt am Ende nichts davon. Ihr investiert eure gesamte Zeit darin und bekommt nicht mal Bezahlung, nicht mal Anerkennung, gar nichts. Sollte wirklich jemand sein Cutter geworden sein, hoffe ich, dass diese Person sehr schnell zur Gesinnung kommt und merkt, wie krass er überhaupt von ihm ausgebeutet wird. Weil das ist einfach nur dreist.